Kraftvoll, kompakt, komfortabel. Das ist unser neuer Teleskopstapler TSS 420. Mit seiner maximalen Hubhöhe von 4,35 m lassen sich Lasten von bis zu 2 Tonnen verladen. Der zweistufige Teleskoparm kann seitlich auf 2,65 m ausgefahren werden und ermöglicht dabei eine Tragkraft von immer noch 900 kg. Standardmäßig mit einer Palettengabel ausgestattet, lässt sich der Telehändler durch optional mietbare Anbaugeräte, wie zum Beispiel einen Lasthaken, umrüsten und somit individuell an die Gegebenheiten anpassen. Dank der Wendigkeit und der kompakten Abmessungen sind sogar enge Einsatzbereiche kein Hindernis für den TSS 420. Die drei unterschiedlichen Lenkarten sorgen beim Lastenhandling zusätzlich für ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit und Flexibilität. Auf der Straße gewährleistet die Vorderradlenkung einen schnellen und dennoch akkuraten Transport. Enge Wendekreise, auch auf unwegsamem Gelände, werden durch die Allradlenkung realisiert. Durch die Diagonallenkung, auch Hundeganglenkung genannt, lässt sich der Teleskopstapler präzise diagonal versetzen und ist somit bestens geeignet für Arbeiten entlang von Begrenzungen. Dieses Modell vom Markenhersteller Manitou zeichnet sich zudem durch die Bodenfreiheit von 0,24 m aus. Dadurch lassen sich auch schwierige Untergrundbeschaffenheiten wie Schlaglöcher bewältigen. Während des Materialumschlages gewährleistet die komfortable Sicherheitskabine mit Panoramaverglasung stets eine optimale Rundumsicht. Die Bedienung des Teleladers erfolgt über den Joystick Switch & Move, kurz JSM, welcher ergonomisch an die Form der Hand angepasst ist und somit eine optimierte Körperhaltung während des Bedienprozesses begünstigt. Alle Bewegungen des Teleskoparms sowie der Vor- und Rückwärtsgang sind mit dem JSM einhändig und intuitiv steuerbar. Suchen auch Sie einen super kompakten Teleskopstapler für präzises und effizientes Materialhandling? Dann nutzen Sie jetzt unsere kostenlose Miet-Hotline. Das Serviceteam von Bayer Miet Service berät Sie gerne und erstellt einen auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Angebot. Raumscher Wälder